Das historische Lexikon der Schweiz ist eine gedruckte Enzyklopädie, welche den Stand des Wissens über die Geschichte der Schweiz darstellt. Das EHLS ist die Online-Version der gedruckten Ausgabe und seit 1998 im Netz. Ende 2014 umfasste das HLS rund 36.200 Artikel in jeder der drei Hauptsprachen der Schweiz. 2010 bis 2012 erschien eine zweibändige retoromanische Teilausgabe. Organisation Herausgeberin des HLS ist die Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz, die durch die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte 1987 errichtet wurde. Die Finanzierung des gut 106 Millionen Franken teuren Jahrhundertwerkes erfolgte von 1988 bis 2014 durch die Schweizerische Eidgenossenschaft aus. Steuergeldern Die Redaktion umfasste bis zu 40 Mitarbeitern. Insgesamt arbeiteten über 2500 Autoren am Projekt. Hinzu kamen 150 Berater und rund 100 Übersetzer. Chefredaktor war bis Ende 2014 der Historiker Marco Jorio. Anfang August 2013 startete das Projekt Neues HLS unter der Leitung von Christian Sonderegger. Für die Übergangsphase 2015 zu 2016 hat der Stiftungsrat des HLS Ende 2014 Biet-Immenhauser als Delegierter des Stiftungsrats für die Geschäftsführung, ernannt, und Christian Sonderegger als Projektleiter Neues HLS mit der operativen Leitung des HLS betraut. Werk Sprachversionen Das gedruckte Werk erschien und die Online-Ausgabe erscheint in vollem Umfang in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Auf Französisch heißt es Dictionnaire Historique de la Suisse, auf Italienisch Dictionario Storico de la Suissera. Die Beiträge der Autoren wurden in die jeweils anderen Sprachen übersetzt. Vorgänger des HLS war das historisch-biografische Lexikon der Schweiz, das Verlagshaus Victor Attinger zwischen 1921 und 1934 herausgegeben hatte. Nach mehreren erfolglosen Initiativen seit 1958 erarbeitete eine dreiköpfige Arbeitsgruppe der SAGW von 1985 bis 1987 die K-Sekunden-Konzept eines neuen, historischen Lexikons der Schweiz. Projektleiter war Marco Jorio. Die Bundesbehörden bewilligten 1987 im Hinblick auf die 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft 1991 die nötigen Kredite. Das Projekt konnte am 1. Januar 1988 in Bern starten. Auf der Grundlage einer bis 1995 abgeschlossenen Stichwortliste brachte das HLS jährlich einen Band heraus. So entstanden bis 2014 13 Bände und rund 36.200 Artikel zu Personen, Familien, Orten und Sachthemen je Sprachausgabe. 2002 erschien der erste Band, im Oktober 2014 der 13. und letzte. In der vierten Landessprache Rhetoromanisch erschienen ab 1999 Ortsartikel als jährliche Vorabpublikationen. In den Jahren 2010 und 2012 erschienen die beiden Bände des Lexikon Historic Rhetik der zweibändigen Rhetoromanischen Teilausgabe in Romansch. Christ schon. Diese Ausgabe zeigt die Entwicklung des rhetischen und bündnerischen Raumes auf, also des heutigen dreisprachigen Kantons Graubünden sowie einiger angrenzender Regionen in ihren historischen und kulturellen Zusammenhängen. Die gedruckte Ausgabe umfasst insgesamt 41 Bände je 13 Bände auf Deutsch, Französisch, Italienisch sowie zwei Bände der 2012 erschienenen retoromanischen Teilausgabe. Online-Ausgabe seit 1998 ist eine Online-Version im World Wide Web abrufbar. Das sogenannte EHLS-EDHS-EDS enthält die volle Stichwortliste sowie die von der Schlussredaktion freigegebenen Artikel, jedoch keine Illustrationen. Seit 2004 ist auch das Elio Retoromanisch Online. Die biografischen Stichwörter werden seit 2009 in das Biografie-Portal integriert. Ziel des neuen HLS ist der Aufbau einer erweiterten multimedialen, mehrsprachigen und ständig aktualisierten Online-Ausgabe. Sie soll sowohl eine breite Öffentlichkeit wie auch die Wissenschaftler weltweit ansprechen. Der Start des neuen HLS ist für Januar 2017 vorgesehen. Auf diesen Zeitpunkt hin wird die Stiftung aufgelöst und das HLS wird zu einem Unternehmen der Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Bibliografie In deutscher Sprache Historisches Lexikon der Schweiz Zaha, Basel, BD, 1, Schwabe, Basel 2002, ISBN 978-3-7965-190-1-7, Basel, Bümplitz, BD, 2, Schwabe, Basel 2003, ISBN 978-3-7965-190-2-4, Bund, Ducros, BD, 3, Schwabe, Basel 2004, ISBN 978-3-7965-190-3-1. Dudan, Frovin, BD, 4, Schwabe, Basel 2005, ISBN 978-3-7965-190-4-8, Fruchtbarkeit, Güssling, BD, 5, Schwabe, Basel 2006, ISBN 978-3-7965-190-5-5, Hab, Juorn, BD, 6, Schwabe, Basel 2007, ISBN 978-3-7965-190-6-1. Jura, Lobzigen, BD, 7, Schwabe, Basel 2008, ISBN 978-3-7965-190-7-9. Nocanini, Mood, BD, 8, Schwabe, Basel 2009, ISBN 978-3-7965-190-8-6. Moor, Privilegien, BD, 9, Schwabe, Basel 2010, ISBN 978-3-7965-190-3. Pro, Schafrot, BD, 10, Schwabe, Basel 2011, ISBN 978-3-7965-191-0-9, Scheichet, StGB, BD, 11, Schwabe, Basel 2012, ISBN 978-3-7965-191-6. Stich, Vinzenz Ferrer, BD, 12, Schwabe, Basel 2013, ISBN 978-3-7965-191-2-3. Viol, Zorro, BD, 13, Schwabe, Basel 2014, ISBN 978-3-7965-191-3-0. In französischer Sprache, Dixen der Historik de la Suisse a.a., Bahn, DL, Apier, Woll, 1, Edition, Skillis Atinger, Hauti Reif 2002, ISBN 288256-134-2, Bandelier, Kamuzzi, Woll, 2, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2003, ISBN 288256-1431, Kanada, Davilmar Leckert, Woll, 3, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2004, ISBN 288256-153-9, Desaix, Fintan, Woll, 4, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2005, ISBN 288256-157-1, Fürl, Frietze, Woll, 5, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2006, ISBN 288256-167-9, Grupp-Istichhofen, Woll, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2007, ISBN 288256-180-6, Italia Knight Lotza, Woll, 7, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2008, ISBN 978288256-1978, Lymuot, Woll, 8, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2009, ISBN 9782940418060, Moor, Polytechnikum, Woll, 9, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2010, ISBN 9782940418183, Poma, Seitzchef, Woll, 10, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2011, ISBN 9782940418312, 2, Sal, Stadtmann, Woll, 11, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2012, ISBN 97829404183, 1, Stichelin, Wallier, Woll, 12, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2013, ISBN 97829404183, 8, Falkenier, Zorro, Woll, 13, Edition Skillis Atinger, Hauti Reif 2014, ISBN 9782940418404, in italienischer Sprache, Di Scenario Storico della Suicera AA, Basilia, Fadric D, Woll, 1, Amando Dado, Locano 2002, ISBN 888281-0992, Basilia, Calvino, Woll, 2, Amando Dado, Locano 2003, ISBN 888281-125-5, Kammer, Delz, Woll, 3, Amando Dado, Locano 2004, ISBN 888281-1506, Demann, Fluri, Woll, 4, Amando Dado, Locano 2005, ISBN 888281-1689, Fodiga, Geertz, Woll, 5, Amando Dado, Locano 2006, ISBN 888281-2006, Gribio Instruzion Publica, Woll, 6, Amando Dado, Locano 2007, ISBN 9-78888281-206-5, Italia, Lugrin, Woll, 7, Amando Dado, Locano 2008, ISBN 9-78888281-230-0, Luigi, Napoli, Woll, 8, Amando Dado, Locano 2009, ISBN 9-78888281-259-1, Nabel, Portu, Woll, 9, Amando Dado, Locano 2010, ISBN 9-78888281-277-5, Pule, Sappen, Woll, 10, Amando Dado, Locano 2011, ISBN 9-78888281-302-4, Saraceni, Starkirch, Will, Woll, 11, Amando Dado, Locano 2012, ISBN 9-78888281-336-9, Statalismo, Valaisus, Ursins, Woll, 12, Amando Dado, Locano 2013, ISBN 9-78888281-357-4, Valici, Zuro, Woll, 13, Amando Dado, Locano 2014, ISBN 9-78888281-383-3, In Romansch, Christ, Schon, Lexikon, Historic, Rettika, L, Tom 1, Desatina, Kur, 2010, ISBN 9-788885637-3900, M, Z, Tom 2, Desatina, Kur, 2012, ISBN 9-788885637-3917, Online-Ausgabe hls-dhs-dss.ch Historisches Lexikon der Schweiz, Dixener Historik de la Suisse, Di Sonario Storico de la Suisseera, e-binde-strichier.ch Lexikon Historik Rettik, die rettoromanische Ausgabe.